Wollt ihr einen interessanten Fakt über die Blütenlinseln erfahren? Sie liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs, die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Gehst du von hier aus nach Osten, erreichst du die wolkenlose Wüste. Da gehen wir heute hin. Gehst nach Süden, gelangst du zur Fungimine und westlich davon liegen die Magmatiefen. Auf der Gesamtkarte siehst du, wo sich jeder dieser Orte befindet. Auf dieser Gesamtkarte, du älteres, ja. Da können wir jetzt, egal wohin wir wollen, lang gehen. Aber wir gehen nach rechts. Ich will nur gucken, was passiert, wenn wir hier runtergehen. Scheibe kommt dann Kamek und... Was hast du vor? Ich will mich auslachen. Warte mal, was? Nein. Oh. Noch eins dieser Schiffe. Na gut. Äh, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, aber wir haben schon mal freigeschaltet. Warum nicht? Wir gehen hier lang. So, mit dem hellblauen, äh, Yoshi, also nicht blau, sondern hellblau, sondern rund, gehen wir jetzt in Welt 4 Wolkenlose Wüste hinein. Die Wüsten werden als vierte Welt, das haben wir auch noch nie gesehen, oder? Das war ein Mare-Spiel. Nicht, dass ich wüsste. Was macht Pause-Tuber bitte da? Die Wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ja, ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. So selbstsüchtig. Boah, das sieht cool aus. Das könnte man alles essen. Was ist das so umgekehrt von Gegnern und die rechts? Gürteltiere. Das ist also die Wolkenlose Wüste. Weißer Sand, so weit ihr auch geblickt. Die dünnen Strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königsamen geben. Puh, ist das ganz schön heiß, aber wir müssen weitermachen. Drücke Elf, wenn du die Karte sehen möchtest. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich den blauen Noshi ganz oft wechseln muss, genau wie Mopsi. Denn wir haben aber jetzt noch mal ein neues Power-Up bekommen. Mal gucken, ob wir es brauchen werden. Poppenhaus in der wolkenlosen Wüste. Ich habe mir schon wieder was geschenkt, oder? Ach, das ist kein Haus, oder? Ach, das ist ein Level. Wir sind hier langsam. Boah, ja, ey. Ich kann doch nicht so hoch springen. Ach, die Münze, ich bin arm. Danke. Oh, hier ist das Haus. Oh, das ist voll. Ah, ich bin da so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Ah, Blinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste weitgemacht und alles Wasser gestohlen. Bitte musst du uns helfen. Bitte bringt das Wasser zurück, und wenn du lustig sein kannst, nimm auch diesen Wundersamen mit. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen uns überlassen und das in Ordnung bringen, bevor alle Poppels in der Wüste verwelken. Verrecken, ja. Oh Gott, sie brauchen Wasser zum Überleben. Wie Menschen. Müssen ihnen helfen. Das ist erschrecklich. In der Wüste kein Wasser. Lass uns beeilen. Oder? Dann auf geht's! Oh, sie ist cool. Ich mag, wie es aussieht. Puh. Prinz Florian, die Oase ist der einzige in der wolkenlosen Wüste, in dem es denn doch Wasser gibt. Ah. Früher gab es auch rund um den Palast, fehl Wasser. Aber das war, bevor dieser Fieslager es geklaut hat. Ach, die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreien unseren Palast. Also haben sie doch noch ein bisschen Wasser, also sie überleben tatsächlich noch. Aber für wie lange ist die Frage? Der weiße Sand. Solltest du dich in der weiten Wüste verlaufen, dann öffnet die Karte. Ja. Ein Muss im Sand. Das zwei-Stufen-Sprungabzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe auf, wie in der Wüsten blühen, Blühe, lieber Kunde. Was? Ah, nutzt Abzeichen. Zwei-Stufen-Sprung. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Wenn du teilen, ich stimme kannst du höherer Sprünge. Ah, der Triple Jump. Oder? Ich glaube, das ist der Triple Jump. Danke. Ja. Mach mal an. Da haben wir jetzt sechs von denen. Ich weiß nicht, ob noch drei weitere. Wahrscheinlich kommen noch drei weitere Rote. Ich könnte mir hier noch fünf weitere Blaue vorstellen. Und ansonsten der Rest hier gelb. Das könnte ich mir so vorstellen. Da, da, da. Bis dann. Bis dann. Was hat er eine riesige aufe Wollt? Gibt es viel zu erkunden. Hey, hey. Was ist denn das für ein Ding? Ziemlich merkwürdig und das kann ich dir sagen. Es gibt hier noch zwei weitere Platten, die genauso aussehen. Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, was man damit aussichtlich haben könnte. Oh. Okay. Aha. Wer macht das auch? Hast du noch was? Da oben ist das Schloss. Da kommen wir aber noch nicht hin. Na klar, dass da eine Münze ist. Boah. Wie warm es hier sein muss. Schaut mal die Effekte, ey. Oh. Oh. War alles rein berührt dann? Da schreckt er sich da links. Da, 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 da. So heiß. So heiß. Bögelbahn. Wild leben wie Larry. Genau, der wird dann mit goldenen Dingen markiert. Vielleicht brauchen wir das auch. Ich weiß es nicht. Was doch irgendwie noch online. Stimmt, was man machen kann übrigens, ist, ähm, mit randoms Online spielen. Einfach so, das kann ich auch noch mal zeigen. Irgendwann. Ah, verdammt. Aufpassen. Dass ich mich nicht treffen lasse. Ist da oben was oder kommt da jetzt gleich schon was Böses runter? Ne, warte, warte, warte. Da kommt gerade lang. Da kommt gerade lang. Oder muss ich dafür die Elefanten benutzen? Ja, wen kann ich jetzt nicht benutzen? Ich bin der Yoshi. Ja, da unten ist so ein was. Oder kannst du das machen? Was bist du denn vor einer? Schau, man kann ich mitnehmen. Man kann das Haustier. Oh, ist das cool. Lebt er noch? Hallo? Oh, ey, das ist eine echt coole Idee. Bam, bam. Oha. Sehr cool. Oh, das war mal ein One-Up. Ich komm mit. Links stoppt man aber hier nicht. Faktwürdig. Was soll's? Ach, hier ist das One-Up gelandet. Das lebt ja noch. Das existiert noch. Oha. Dankeschön, das nehme ich an. Tschüssi. Oh, hier gibt's nichts. Okay. Aber das Lighting sieht so geil aus in dem Spiel. Generell ist das Spiel geil aus, aber das muss ich halt trotzdem mal kurz erwähnt haben. Tup, 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 tup. Kopf anschlagen. Passiert. Passiert. Mach mal auf hier. Danke. Das ist nichts mehr? Okay. Ist da noch was? Haha, hier ist was. Und zwar eine Münze. Naja, im Allem besser als nix. Aha, was haben wir alles? Okay, wir haben schon das meiste. Das war eine Lüge, aber egal. Da kommt doch irgendwas raus gleich, oder? Ist bestimmt nur die Wunderblume. Ja. Da oben ist die, wie kommt man da eigentlich ran? Kommt man da eigentlich ran? Was hab ich noch für einen Zweisprung? Also ich hab zwei Sprung gerade aktiviert. Ich stehe hab ich noch gar nicht benutzt. Da kann man dann nur einen Doppelsprung machen. Mach mal dann. Ich will kurz ausprobieren. Ja, man kann nur Doppelsprung machen. Es gibt keinen Charakter mit dem. Schade. Der hat mir wirklich genug gefehlt. Ja, aber wie man da hochkommt, ist offensichtlich. Badam. Also jetzt offensichtlich. Was zum... Ah, ist das aus dem Trailer? Ah, warum ist das nicht so schnell? Wow, da kommt doch der's nächste. Wo muss ich leiden? Ah, bitte sag mir nicht, dass da irgendwo oben was war. Wow. Danke, Mann. Nicht von dir. Oh Gott. Oh Gott. Äh. 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 Stopp. Oho. Yeah. Ich drehe mich. Yippie. Oh Gott. Das Ding ist ziemlich riesig. Da bin ich schon ein Schlagroch. Oh Gott. Pff. Ich hab kurz gewartet, weil ich wusste, ob ich rein soll, aber... Oh. Das geht noch weiter. Oh, sieht das cool aus hier. Geheimer Schatz. Oh, ich liebe diese Welt jetzt schon. Tschüssi. Ich hab doch schon mal was übersehen, oder? Hier ist ne Pixelblume. Das Jahr der Pixelblume. Oh, ich hab' den Kiefer. Hab' ich nichts übersehen? Hä? Ey, du da. Ne, ne, hier sind wir langgerannt, ne? Ja, hier sind wir langgerannt. Ne, okay, schau mal, haben wir alles. Okay, na gut. Aua, aua, aua. Okay, dabei hab' ich alles. Aber ich will trotzdem wissen, was die einen hier oben noch verbergen. Da komm' ich dran. Ja, jaa, Münzen. Wuhu. Ja, das war ein echt nettes Level. Aber... Ich hab' das Gefühl, wenn ich wieder rüber wechsle auf die Charakter, die sterben können, dann... Da hab' ich, glaub' ich, Probleme. Genauso guck' ich dann nämlich. Genauso. So, da ist noch was. Eine Verstauspause? Ja. Raseratte-Rennen. Oh, was? Wir rennen jetzt mit dem Ding? Oder was? Ding, die passen von Sarasaland. Was stand das gerade? Das ist von Sarasaland. Oh, Androffs. Wow, das war erst mal, dass wir in einem richtigen Super Mario-Spiel Androffs bekommen. Die kennen wir ja aus Mario Maker. Das ist ja cool. Die Musik feiert auch. Ich muss dem folgen. Ah. Oh, das ist richtig cool. Das würde ich einfach Mario Maker Level und sowas feiere ich. Und dann denke ich mir, oh, das kann ich an Mario Maker nachbauen. Ich bin zu früh abgesprungen. Das war mein Problem, mein Fehler. Oh. Ey. Du brauchst zu lange. Komm mal jetzt. Okay, 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 okay. Und bam. Cool. Ich will ganz einfach davon haben. Ich schuldige es einen Bereich. Och, man. Ich will so ein ganzes Level damit haben. In Mario Maker dann. Also, das ist mein Maker 2. Ja. So. Aber. Wir sollten vielleicht mal anfangen mit den richtigen Leveln. Oder. Ne. Ich habe noch was gefunden. Tanz der Ninjas. Die Ninjas sind wieder da. Das ist mein Boss 2. Ich wollte mit den Tanzen. Rhythmus Level. Also, ich habe Rhythmus. Glaube ich. Kann ich essen? Ja, kann ich. Oh. Das war es noch nicht. Spring. 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 Da, da. Da. Mhm. Kommt noch was? Vorne tanzen die auch. 1, 2, 3, 4. Ah, der ist aufgegangen. Hab ich euch gemerkt. Aha, wie süß da oben. Ich muss nochmal selber drücken. Nein. Was passiert da? Kommt, die feiern mich an. Mann. Äh, lol. So weiter. Disco-Kugel. Disco-Piranha. Aha. Schaffen. Schaffen. Den. Tanz. Mit. Links. Aber ich frag mich, warum das angeblich nur ein Stern ist. Das hab ich schon auf zwei Sterne gemacht. Mindestens. so cool aus ehrlich so cool ist er falsch gemacht komm raus da versteck dich nicht weiter geht zum nächsten zähler spaß last einen like wie vorbei gehen die schlafen das war es kann der blaue joshi gut tanzen er ist erwachsen geworden vom baby joshi der blasenbläse der zum tanzer joshi der hat das was ich gemacht das war cool oder das war nicht cool 123 springen damals ab auszeichnung sogar dieses rücken das sprung abzeichen bekommen und was hast du ein abzeichen gott das muss ich mal ausprobieren was das macht dann freue ich mich wirklich was das macht spiel mit freund ich kann es euch mal zeigen und zwar wenn nicht auf das kann man das einstellen dann muss ich das hier machen ich bin mit freunden ja komm blablabla 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 verlassen oder halt auch nicht also man kann hier auf jeden fall sondern online lobby machen randoms online spielen und dann einfach nur verbinden das war es dann spielt man einfach mit ein paar leiden wollten ich kann auch danke suchtrupp rätsel der röhren ja wenn wir gleich zwei leute sind dann können wir direkt zusammensuchen von den münzen im dünnen tag der musik springst ich muss mal ausprobieren suchtrupp ja hallo hallo ok oh gott oh nein was wird das denn jetzt hier oh nein das könnt ihr mir nicht antun nein was soll denn das nintendo oh ich hab's gefunden hä das ist ein vordergrund oder komm ich jetzt weiter hallo 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 hieß nichts oder was soll ich machen oh doch hieß was boah das war böse versteckt das war böse versteckt mhm süß ok ok was häpfen denn die anderen da oben so rum ich komme mal vorbei ja oh nein mir geht der spaß weiter ja mir geht der spaß weiter oh man oh oh ich geh schnell das hätte ich gern nein hätte ich gern nein wie krieg ich das nach hause oh oh danke blauer tor für deine dinger hat jemand ein safestate gemacht j oluyor hieß gefühlt ist das ja ein safestateuiten oder du 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 du' so will ich jetzt auch noch selber raus also das erste von diesen rätsel der blöde finde ich die anderen sind in ordnung weil das erste war schon war schon ein bisschen kräftig muss man sagen ja jetzt sieht man natürlich was die anderen machen das ist natürlich ich verstehe das abzeichnen wenn ich vielleicht funktioniert sondern manchen level das kann sein also da hier was eingesetzt hat denke ich mal dass ich hier lang muss sein muss doch irgendwas vielleicht war es die falsche röhre nein erzählen wir nichts hier muss was sein gerade ganz klar noch gesehen am bildschirmrand hier ist noch ein herr wie komme ich in der lang oder wirklich hier war es auf der anderen seite das bildschirm ist dort wirklich nichts da muss das letzte ding sein was zum sondern sonst was sein hier also das haben wir schon gemacht links und rechts haben wir ganz oben haben wir oben links haben wir es muss eigentlich oben rechts sein also hier noch und das hier war ja schon die richtige rohre nur frage ich mich jetzt hat wirklich wie es hier weitergeht so der ist auch alles abklage ist nichts ich habe geschützt glaube ich ich habe es einfach durch die band okay alles klar hier für dich verschwimmt das war klug das war echt ich komme halt nie auf den gedanken dass ich die schieben kann wirklich nie nur weil ich elefant bin komme ich auf die gedanken aber selbst dann nicht immer okay danke wenn du stranger durch dich habe ich erfahren dass da was ist und wir machen lustig wird heute ist doch was hier ist doch was kommt schon hier ist nichts nein doch nein nein ich kommt doch noch was später hier nächtlicher ballonk schwarm ein ballonk ballonk das abzeichen verstehe ich ja nicht das funktioniert irgendwie gerade nicht vielleicht wirklich vielleicht nur in manchen level ich kann euch nicht sagen aber die helllau mit sich cool aus aber die kennen wir schon glaube ich oder aber immer kann ich die schon zur kugel will es werden die aufgeblasen auch gut hier mit haben jetzt platzen lassen jetzt kann sich aufbringen und jetzt noch weiter hoch cooles ding ist der handy noch was hey ich werde nicht rumgeschubst das gefällt mir gar nicht ach wow wie gibt es nichts zu sehen naja immerhin gibt es dann immerhin gibt es ein one-up power up ich lass das mal hier können sie haben wenn du wollen ich bin so nett wenn sie nach unten warum wieso weshalb hat angst die haben galumbas galumbas natürlich man wurde immer gerettet schon mal da der muss man machen jetzt sind wir die ballons auf der habe ich gewartet auf den ballon cool was brauchen wir noch alles zwei der dinger stellen stellen bloß gut das gefühl gibt es nichts warte mal da links kann was sein hier ist doch eventuell was ja oder hier muss doch das kann doch nicht wirklich hier muss doch danke man aber mir fehlt immer noch was das stört mich warum gehe ich nichts kann doch ich brauche jetzt dringend jener münzen denn ich bin arm denn das spiel war 60 euro man aber natürlich jeden cent wert ich mein guckt euch an ich bin schon ich habe auf jeden fall was verpasst oder ja 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 da habe ich und zwar es darf ich auf jeden fall gestorben das war voll gemein ich habe zusammen mit luigi geschafft aber er ist verschwunden ich habe das ja letztes mal dieses heulende gesicht seltsam na gut ich glaube ich habe eventuell gefunden wo es sein könnte und zwar die beiden nach oben fliegen kann man nämlich hoch gewandt man muss habe ich abwechseln mit beiden oder und das ist ja hier ist es auch wie schön eine schöne nacht genau hier ist es dann auch die halbzeit und ja ok und als grönen abschluss spielen wir dann noch eine frischaufspause ballonkipfen die ballons haben wir jetzt heute kennengelernt mal schauen wie sie dann in der nächsten folge uns noch weiter bringen können hier in dieser wüste muss ich mir machen ihr helft mir hier ich platziere mal eins auch hier hin und mir wird immer random ausgewählt welches der stannis passiert ich dachte aber eigentlich dass man das auswählen könnte vielleicht geht das nicht oder ich habe es noch nicht ausgewählt i don't know aber was soll jetzt sind trotzdem alle cool warum soll das rad da in der mitte was soll das da was macht das habe ich noch nicht ganz verstanden jetzt bin noch nicht dahinter gekommen aber ist auch nicht schlimm ich wusste hier war was und hier war auch was beim nächsten mal so werde ich mir durch mit ich bin ein bisschen mopsi bis in der bit und machen dann hier oben weiter also damit alles unten fertig gemacht und jetzt geht es hoch ja ja ich kann noch mit meinem freunden roh was ist ein level ein secret level falsche mitte zwei das machen wir beim nächsten mal roh was请 il roh 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 roh